Musik Es geht weg, siehst du? Ich gehe da rein, ein Fächerchen, aber... Urso, Urso. Den Namen sind nicht hier treuend. Das kachelige Eckhäuser da, oder? Somit bist du dann auch verewigt auf der Aufnahme. Warum? Wird gnadenlos mit Ton abgekriegt. Ich glaube, sie mögen uns nicht. Lauf! Lauf! Sie nehmen uns auf! Lauffahrer ist... Nein, da oben. Es kratzt nicht. Oh, da. Unten läuft's. Wo? Da hinten. Das sehe ich von hier aus nicht. Ich darf die Leute nicht drauf haben. Ach, die tut, ne? Der putzt sich. Was ist denn, Mensch? Weil der Hocker hängt voll schief. Dem ist die Luft ausgegangen. Der hat ja gerade reingebissen, ne? Also... Jetzt sind wir da, jetzt ist die Action vorbei. Ich hatte da echt einen Wachfilm. Was macht das? Jetzt frisst die Körner. Was so? Wann geht das jetzt? Kein Bock mehr. Körst dich ran. Tja. Großen Kopf nix dahinter, ne? Das ist ein Weibchen, ist doch klar. Komm, was war das da hin? Was das da macht, weiß ich nicht. Ich buddel dich da hin aus. Das ist ein Ausbruchversuch. Ähm, falsche Richtung. Kaum filmt man das, weißt du? Ah, da ist es. Der hat ein bisschen Futter leidig. Schatz, ich hatte Angst. Ja, da ist drauf. Mama, Vater, auf mit, Mami! Hoch her! Aber es frisst nicht. Das ist der Clown. Ja, Mama, Mama, auf mit! Komm mit der Zunge. Abkommen zu kommen. Oh nein. Da ist die Zunge. Ah, geht's! Es ist eine Zunge. Sie ist die Zunge. Ich bin zu einem Zunge. Sie sind der Zunge. Sie sind die Zunge, die Zunge. Sie sind die Zunge. Sie machen die Zunge. Oh Gott, das sind Flamingos. Oh mein Gott? Entschuldigung. Ich glaube, das ist der Boss. Das ist der Boss. Nur sein LKW vergessen, dann bin ich das. Ja, es hat eine leichte Ähnlichkeit mit dir. Was? Wer da liegt, so Gängerposition. Ohne Haare. In einer Kuppen-Schuhbehaare. Wahrscheinlich. Jetzt Bosshaft, guck. Sei der Boss. Aber er kommt doch hier. Oh Gott. Dum 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 dum. Ich will gar nicht wissen, was der da macht. Nein, nein. Es muss Liebe sein. Ja. Erstmal was essen, ne? Guck mal, das ist voll praktisch. Ich hätte schon mal den Fuß kratzen können, ne? Ich hätte die Hände zum Essen können, schon mal den Fuß kratzen. Voll Käse im Gesicht geben. Das ist jetzt live Happy Feet. Oh ja. Oh mein Gott. Komm mal da hinten. Komm mal da da hinten. Ja. Ich bin mal da hinten. Ja, ich bin mal da hinten. Ja, ich bin mal da hinten. Ich bin mal da hinten. Von keinem Tier Fotos gemacht. Von Pinguin 50.000. Ich versuche irgendwie, sie sind weg. Ist ein bisschen warm für die. Warte, mach ich noch Zeit noch, weil der kleine Junge... Ich will noch eine Koffekurve. Ich will da rein. Du kommst hoch. Nicht die ganze Tüte. Machst du nur ein Foto? Nein, ich filme. Schatzi goes crazy. Wie süß! Wie süß! Wie süß! Das ist müde. Fällt das bestimmt so um. Ja, warte. Der Moment der Entscheidung. Ja, es fällt. Es rutscht, es rutscht. Komm! Na los! Oh mein Gott, wie süß! Nimmst du es auf? Ja, ja. Es hält sich wacker. Vielleicht sind das Ziegenliegestütze. Ich schaffe nur einen. Es liegt gleich ganz da. Noch nicht ganz. Jetzt haben wir einen weiten Weg. Das Bein geht immer höher. Und... Und, 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 und... Schreibe. Hahahaha! Uh! Na komm! Wow! Harter Haushalt dahinten. Bam! Kann der schwarze Frau auch geshüttert werden. Nein! Lander! Nein! Vielleicht nur so mal. Oh! Ah! Hahahaha! Voll angenießt! Willst du mit der Zunge machen? Bitchfight! Nein! Nein! Aber nicht, dass jetzt die Leute wieder sagen, hier, das kommt wegen Computerspiele und so. Nimmst du auch auf? Ja! Ist okay! Nyam 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 nyam. Hier sehen wir. Nyam 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 nyam. Nun komm ich runter! Ist das nette Wesen, was eben gespuckt hat? Nein! Das andere hat mich angenießt. Wer ist der da, ne? Ja! Ja! Das ist einfach viel. Hallo! Hat er gut gemacht, ne? Ich hab noch Foto... Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020